willkommen zu einer neuen runde schneefrei und ja was soll ich sagen das ging jetzt relativ fix das ganze weiß ich nicht warum das manchmal so ist manchmal so bestätigt eigentlich immer wieder bei dem gedanken eigentlich früh abbrechen und dann gleich eine neue suche machen alter sieht nicht gut aus für den dritten sie geht es in folge war der wuki wieder schön schön ah scheiße ja 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 Nuckies! Oh f**k! Ah nee! Okay. Okay. Nice, nice, nice. Sicherlich war es zu Glück, aber ich nehme es trotzdem für den Gesamtsieg hier. Okay. Hui. Das war mal knapp, ey. Okay. 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 So, nice, dann müsste die Sache eigentlich jetzt safe sein. Dann haben wir echt drei Siege, nice. Eine, für kacke. Was ist das? A da, für kacke. Eeeuuu gau zu. Eeeuuu gau zu. Eeeh. und gleich wieder einen level ab na da freut sich das herz doch hier so voll selber mal gucken ob die was diesmal hinkriegen in einer folge mal zwei matches wenn er nur noch 50 punkte fehlen für diese belohnung aber hätten wir immer noch das ging ja schwierig 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 oh sieben minuten 19 wartezeit willst du mich weil er auch schnell bleibt dabei weißt du was ich habe keine lust jetzt wieder ewig zu warten machen wir nochmal normales 3 gegen 3 hier zum abschluss das we like to fly so let's pretend we don't die look the same do you want to try muss man sich erst mal wieder an den ball hier gewöhnen bist nein und er geht ins tor insgesamt das ist halt nicht das ist noch mal zurück courten jetzt nach Harder? No, das kann ja überall sein. ja Boah, vielleicht doch keine so schlaue Entscheidung stehen zu bleiben. Oh, das kann nicht wahr sein, oh, zum Glück, ich dachte schon, der geht drin. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh, das kann nicht wahr sein. Nein. Mist, ey, ich dachte, er kriegt den noch und dann wollte ich nur so abfangen. Okay. 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 Haben die sich abgesprochen oder hat er den eben gesehen? Ah, schade. Oh. Leute, ich dachte schon sehr cool, da hat er auch wieder Rene. Kade. Na, das Ding ist noch nicht durch. Gut. Cool. Nochmal ein Sieg. Dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Ich bedanke mich. Bis denner.